Liebe Schwestern und Bruder, wer mich heute hört, hier sind 152 Personen haben Lepra. Sie sehen, die haben keine Finger mehr, das sind Lepra-Patienten und die haben niemanden. Der Staat hat sie hier hingeworfen, ist ein Dorf, der nur aus Lepra-Patienten besteht und die leben unter diesen Umständen. Danke für eure Spende, ich komme persönlich, ich verteile immer eure Spende für diesen armen Menschen. Ärmer gibt das nicht, danke.